Ich sitz hier grad, also nicht wundern, das verbixte Ding hier ist nicht meins. Sondern das ist hier vom Justin der LKW, ich sitz hier grad und rauch eine. Ja, ich würd aber jetzt gerne mal das Feuer haben hier, dann schmeiß mal rüber, ich geh auch rein und rauch. Ja, hier. Ja, danke. Ja, wir machen hier so ne kleine Pause nach so ner Mautstation. Da vorne steht mein schön beleuchtetes Ding. Alles in Ordnung. Mal kurz was in den Chat schreiben, sonst hab ich gekickt. Aber hier sieht ja auch nicht besser aus, hier voll verpictiert hier drinnen. Mein LKW ist zu, hast du den jetzt aufgebrochen oder was du Arsch? Ja sicher hab ich den jetzt aufgebrochen. Schäm dich mal. So, ich muss doch mal den komischen Iveco von innen betrachten. So, ich steig jetzt hier erstmal in Ruhe aus. Na ja, warte Eli, bleib mal sitzen, halt dich fest. Ich hau mal nen Rückwärtsgang rein. Nee. Mal steigen schnell hinter die Leitkampel. So, dann gehen wir mal vor zu unserem LKW. Oh scheiße, ich seh grad, meine Blinker sind kaputt. Oh. Die gehen an und aus. An und aus. Ja scheiße, was machen wir da jetzt? Ja, wir schauen an diese. Lass mal über die Leitplanke da drüber. Jetzt hör auf zu hüten. So, zack. Ja, wir fahren jetzt weiter. Ja, wir fahren jetzt mal weg, Coco. Oh ja. Ja dann. Ja, wir fahren jetzt erst mal. Auf پaffle�iv Vou 몇 bar. A��. Als imagina Jessi ja das alles mitzi�! Nachts Bars.